Mein Name ist Christian Kumm, ich bin Mechatronik-Ingenieur und momentan in meinem vierten und letzten Projekt bei der GKN Driveline im Bereich Quality Assurance und bin da dafür zuständig, Maßnahmen und Systeme zur Verbesserung und Beibehaltung der Softwarequalität einzuführen und zu entwickeln. Das GKN Trainee-Programm besteht aus vier voneinander unabhängigen Projekten, die im In- und Ausland absolviert werden. In meinem Fall hatte ich die Möglichkeit, mich zunächst in Deutschland einzuarbeiten, um dann für ein Projekt in die USA nach Auburn Hills zu gehen und dort, wie auch in Deutschland, an Technologielösungen für einen großen internationalen Automobilhersteller mitzuwirken. Im GKN Trainee-Programm hat man die Möglichkeit, sich vielfältig zu entwickeln und ich für meinen Teil habe mich dazu entschieden, in den Bereich Software einzusteigen und bin da jetzt für das Qualitätsmanagement mit zuständig und sorge somit dafür, dass die GKN ihren Kunden gleichbleibend hochwertige Produkte liefern kann. Der große Vorteil des GKN Trainee-Programms ist die Vielseitigkeit, die darin besteht, dass man die Möglichkeit hat, Antriebssysteme für den Automotive sowie für den Landmaschinen- und Sonderfahrzeugebereich zu entwickeln. Und dies geschieht auch immer im internationalen Kontext. Das heißt, man hat die Möglichkeit, international in verschiedenen Ländern zu arbeiten und Projekte zu entwickeln.